Hi Leute und recht herzlich willkommen zurück bei One Piece Pirate Warriors 2. Diesmal wieder mit Chiara und AK-Vegeta-Ex zu Rom, nicht UND-Vegeta-Ex. Und wir machen Zorro-Story. Bin gespannt. Okay, Zorro, bitte zerschneide uns nicht. Nein, kannst du nicht. Ich bin ja auch Zorro. So, der war schlecht. Gegen Lusopp, Sanji, Luffy und Zorro, okay. Okay, Kampfvorbereitung ganz schnell. So, ist eigentlich das Maximum an Sterne für eine Münze? 6-Schons-Maximum oder gibt es da später noch höhere Münze? So, Fähigkeiten. Ah, okay. Nur mit Kombi geht es bis 8. Tup, 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 tup. Äh, weiß ja, des Kochs. Geraten Allianz. Und, weiß ja, des Schiffszimmermanns. Und als Freund nehmen wir... Mh, Sanji. Yep, yep. Und Start. Zusammen mit Okta. Yay, Ha-Chan. Und gleich mal natürlich das Geld nehmen. Hopp. Ah, das ist ein schöner Angriff. Okay. Typische Zorro-Angriffe. Kann man die aufladen? Wahrscheinlich schon. Eventuell. Weiß ich's gerade nicht. Egal. Stürzen wir uns mal in die Menge hier rein. Bam. Very nice. Mal schauen, ob er im Style-Mode seine Kappe anzieht. Das wäre cool. Dip, dip. Werden wir gleich sehen. Äh, das ist etwas bei Unlimited World Red, was ich immer unterschätze. Sein, äh, wow. Das war cool. Ähm, das ist ein Spezial-Modus, wo er eigentlich schon ordentlich viel mehr Schaden macht. Und... 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 Ah, nice. Okay, dann ist es keine Transformation, aber auch nice. Zumindest kann er seine Kappe anziehen. Das gehört auf, wenn er ernst wird. Ich weiß nicht, ob er bei den Gegnern hier ernst werden muss, aber... Ah, das Sanji, da muss er vielleicht ein bisschen ernst werden. Dann gehe ich auch mal in den Honky-Mode. Bam. Ah ja, das war's schon für ihn. Ich weiß jetzt nicht, ob du da auch mit drauf eingeschlagen hast. Das würde man nicht erkennen, dank Leg. Den Slider wegen dem Net-Code offenbar gibt. Bam. Okay. Und das wird so freundlich. Was ist das dann für... Okay. Dann mache ich gleich mal hier. Ah. Ah. Nice. Okay. Das war's. Für den. Äh, wo geht's das? Jetzt ist da hinten noch eine Person. Das geht's. Jetzt möchte ich eigentlich eher zwei. Oh. Wow. What the hell? Okay. Nice. Okay, das ist eine schöne Attacke. Das ist auch eine schöne Attacke. Hm. Okay. Wie gesagt, ihr dürft mir als gerne in die Kommentare schreiben, was eure Lieblingskombinationen für die einzelnen Charaktere sind. Jederzeit. Muss nicht unbedingt unter dem passenden Video sein. Die. 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 Aua. Das wollte ich nicht. Er macht mir keinen Schaden. Okay. Gut. Los geht's. Auf nach Norden. Hm. Passiert etwas, wenn ich R2 länger drücke? Ach so. Ah. Ich kann das staunen. Das ist cool. Oh, das ist nice. Okay. Das kann ich mir dann schön für Bosse aufheben. Dann erstmal weggehen, in Ruhe aufladen und dann hingehen und ein Kombo machen und irgendwo am Ende der Kombo dann... Da kann ich definitiv seinen Nutzen erkennen, in dieser Kombo. Aber ich kann die großen Typen nicht nach oben schmeißen. Verdammt. Ja, ja, ja. Was heißt, die muss ich so angreifen? Hier noch. Okay. Nein, du machst nicht dein Style. Das reicht zum Glück. Gut, jetzt sind wir der brennende Sanji. Los, ab. Du kannst auch mal abstinken. So, damit wäre er auch tot. Äh, na gut. Ich brauche keinen Spezialangriff zu machen, auch wenn ich das gerade noch getan hätte können. Tut und tun. Bam. Das ist eine sehr schöne Attacke. Aber ich muss immer noch seinen zweiten Spezial machen. Ach, fuck. Und? Da. Sehr schön. So konnte ich ihn hochwerfen, indem er tot ist. Verdammt. Egal. So, nochmal einer. Äh. Einfach weiter draufhauen. Style interessiert es doch offenbar wenig gerade. Das war daneben. Damit. Bisschen zumindest. Aber gut, okay. Äh, Zorro legt eine ordentliche Distanz zurück. Das gefällt mir. Bei seinem Special. Bam, bam, bam. Der Tatsumaki ist auch definitiv gut. So, Special. Aber. Nein, nein, nein. Dann machen wir hier mal Fähige Feuer. Was haben wir da? Rengoku Onigiri. Okay. Aber. Deutschen Namen von den Fähigkeiten kann ich echt überhaupt nicht. Wenn das dann im japanischen ausspricht, dann weiß ich ja nicht normalerweise, was es für eine Attacke ist. Bam. So, das ist eh niemand mehr. Das ist noch eine Schatztruhe. Die hole ich mir noch. Und dann geht's auf. Äh. Du hast sie besiegt. Nee. Hancock hat angefangen mit Zorro zu kämpfen. Achso, wieso ist der gerade plötzlich gestorben? Ah, liegt wahrscheinlich hier. Okay, hi Zorro. Nein. Bleib schön da, Zorro. Du hast gar nicht. Nee. Du tust es trotzdem. Gut, eigentlich halt auch in den Style. Ja, ich kann dir nicht hier. Nee, du kannst mir hier nicht die Show stehlen. Ich. Wie auch immer. Bam. Nice. Gut. Sehr schön. DSS. Wow, ich habe nur 248 Gegner besiegt. Aber immerhin in den anderen zwei Gebieten NS. Ich werde so langsam besser und weniger Schaden nehmen. Stückchen für Stückchen zumindest. Ganz kleine Baby Steps. Zorros Schwer, das ist halt einfach ziemlich cool. So, vom Kampfstil her ist er okay. Also, ja. Kann man auch mal benutzen. Das ist ein enormes Wettbewerb. Ihr könnt auch mit uns mit uns zusammenhängen. Okay. Zorro hat keine Bedenken mehr. Super. Dann habe ich auch keine Bedenken mehr, dass er unser Freund werden kann. Oder so. Irgendwas. Level 30. Yay. Fächer. Lölf hier Sanji. Synergie. Bande der Freundschaft. Und überlasse den mächtigen Gegner mir. Bam. Nice. Münzenpaar zumindest. Da will die auch schon wieder schön auf. Eine neue Fächerznotiz angefangen. Natürlich noch keine Kombination. Immer noch extrem viel Money. Und 8697 Kopfgeldrang. Okay. Super. Gut. Dann glaube ich war es das dann für diese Episode. Für diese Aufnahmesession. Falls es euch gefallen hat. Wie immer liken. Falls ihr selber abonnieren. Ansonsten wünschen ich und Kiera euch noch viel Spaß bei meinen anderen Let's Plays. Ciao Leute. One Piece. Kaizakumusau 2. Hikaiyo. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.